Herzlich Willkommen zu unserer astrologischen Monatsprognose Januar 2024. Wir können uns in diesem Januar auf eine Menge Glück und Unterstützung für unsere Vorhaben freuen. Denn das neue Jahr startet nun mit einem besonders aufbauenden und hoffnungsvollen, erfreulichen Jupiter im Stier, der nun endlich wieder direktläufig ist. Im Stier bedeutet, dass sich materielle Angelegenheiten beschleunigen, besser entwickeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020